Wir können die Klimakrise nicht aufschieben und deswegen können wir den Kampf gegen die Klimakrise auch nicht aufschieben, weil gerade andere Krisen vielleicht wichtiger erscheinen. Denn die Klimakrise ist einfach nicht nur eine weitere Krise, sie legt sich vielmehr als große übergeordnete Metakrise über alle anderen Krisen und wirkt so wie ein Brandbeschleuniger. Sie macht vor Grenzen nicht Halt und wenn die Klimakrise vor Grenzen nicht Halt macht, dann können auch unsere Antworten auf die Klimakrise vor Grenzen nicht Halt machen. Die Klimakrise ist die größte Sicherheitsherausforderung unserer Zeit und deshalb müssen wir als Weltgemeinschaft zusammenstehen. Einen weiteren Abschub und Kompromisse können wir uns als Welt insgesamt einfach nicht leisten. Putin hat mit seinem brutalen Angriffskrieg sicherlich nicht die Beschleunigung der Energiewende vor Augen gehabt. Aber mit seinem Krieg hat er dazu beigetragen, dass wir einen massiven Booster bei den erneuerbaren Energien bei uns in Europa und auf der ganzen Welt haben. Und das sollten wir jetzt mit gemeinsamer weltweiter Kraft nutzen. Das ist ein paar Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020